Wo fahren wir überhaupt hin? Oh, wie du Bock hast, ne? Okay. Rein ins Gemetzel. Wir müssen jetzt nur auf die Stacker und so ein Daimler aufpassen. Oh, stimmt. Die können uns knacken. Die können uns knacken und die sind gleich schon hier. Links von uns. Oh ja. Direkt zwölf. Direkt zwölf. Links daneben. Scheiße! Schön. Der ist durch. Ich hab nur so... Ja. Oh. Ei, ei, ei. Naja, immerhin da ist der. Was? Keine Ahnung, von wo. Ich glaube, die Links, ne? Ich häng hier irgendwie fest. Oh, das kommt von links. Links oder von rechts? Links. Sicher? Ja. Was ist das? Ja, hier haben wir ein Push-Stater. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Rechts, 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 rechts. Oh, nee, ja. Daneben, ja. Ja, doch, tatsächlich. Da, man. Hm. Scheint hier nicht zu... Aber du hast den Gunner, glaube ich, raus. Ach, Baller. Der fährt zurück. Ich kann nicht mehr. Womit schießt du? Womit schießt du? Du hast den Repair. Oh, E.T. Kannst du raus? Dann, 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 repa... Du kannst aber noch drehen, ne? Ja, es ist sehr schwierig. Ah, ja. Rechts, rechts. Drehen wir auf die Lücke, ja. Rönt. Jo, der ist durch. Weiter. Oh, das sollte immer wieder sein. Der tot? Nein. Nach ist er nicht geplatzt. Kannst du noch mal drehen. Äh, es kommt 7, man. 6, I, uh, ich hab' den Schonk. Oh, das war zu zweitig. Ich will nur, wenn da der nächste kommt. Hm. So, mein Juni. Komm back in, komm. Jo, jetzt muss man aber repaaren, ne? Jo, jo. Weit von links schießt irgendwas. Oder wir gehen das Risiko ein. Ja, das dauert immer zu lange. Das bringt's nicht. Einfach dann neu anfahren, wenn wir platzen. Was? Was? Fuck. Ich glaube, oder? Nee. Da ist einer. Ja, der ist schon los. Ja. Was war denn das? Daimler wieder? Noch, noch ein Daimler. Noll. Die sind immer schnell da. Die schießen hinter uns wieder. Auf ein Uhr. Auf eins. Äh, ein. Ja, siehst du nicht? Direkt vor uns. So, oder? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Ich schieße wo durch Push. Der brennt, der brennt aber schon. Oh. Ah, der ist hinüber. Ich will eigentlich da links unten lang. Dann, weiter jetzt. Reicht doch jetzt hier auch mit dem Gemetzel. Das Käpt'n geht allerdings sehr, sehr schnell. Ja, das stimmt. Oh, vor uns. Oh, oh, oh. Ich muss in die Kanone. Dreck vor uns. Jupps. Ein bisschen weiter links. Der brennt aber noch. Der kann aber noch schießen. In den Turm. In den Turm. Jo. Ja. Sehr schön. Ausgeplopst. So, letzter Schuss mit der schönen Muni. ABC hat er nur noch. Ah, wir müssen tappen. Ja. Aber wir tappen schon. Mach mal grad. Der Mütten, der scheint sich zu battlen. Ja, ich will mal die Straße hier runter gucken. Von links, 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 links. Ja, ich will hinter das Haus. Oh, äh, never. Nee, halb eins, halb eins, halb eins, halb eins. Rechts, 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 rechts. Stopp. Was war anders? Ich seh's gar nicht. Hör vor. Ja. Glaubst du wieder an Daimler? Schau wieder? Haben wir noch Daimler oder so? Jo. Ja, thanks for repairing. Thanks for chat. Jo, der ist durch. Jetzt hat's mir der Muni aber echt knapp, du. Ja, ja, da ist ein Panzer, glaube ich, noch von links von dem Daimler. Ja. Rechts, Daimler, rechts, rechts. Gleich schon bei uns. Dreh, 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 dreh. Jo, du bist durch. Bin ich getroffen? Ich will nicht schießen, denn. Super, wie... Jo, der ist durch. Alter, wie viele Daimler. Wir schießen hier weg. Ich fahr jetzt hier raus. So. Na, das auch dann. Fünf Schuss noch. Watsch. Ja, wie viel Schuss? Fünf. Wir gehen auf Risiko. Weicht. Wir gehen auf Risiko. So. Jo, auf der Bahn schienen. Ah. Ohne Rumba. Stop, stop, stop. Irgendwie trennen wir uns. Schön. Abpraller. Nice. Was ist das? Sherman? Sherman. Jo, schön. Ja, jetzt versuch ihm in die Wanne zu schießen. Ja, ich schieß mal in die Wanne. Abpraller. Da fährt noch einer. Das andere ist Puma, ist unser. Ah, okay. Jo, der brennt. Oh, das war der letzte Schuss. ABCR, ich lau die letzte ABCHE. Ja. Squat dead. Alright, der brennt. Letzter Schuss. Der brennt. Letzter Schuss. Schön, 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 schön. Er ist mir verdammt. Er ist tot. Ja, mit dem letzten Schuss. Er ist brennt. Ist der da vorne kaputt, der Daimler? Guck mal, beim Glider. Ja. Ich glaube, ich sehe ihn. Fahr mal ein kleines Stück vor. Oder war das passt? Ich sehe. Vielleicht der Braun. Wo ist der Schuss hin? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Ich sehe nur Braun. Da bin ich dröpft. Oh, rechts. Rechts ist das geklärt. No idea. Da war drüber. Da war drüber. Nee, du triffst nicht. Irgendwie ist komisch, ne? Da war drüber. Da war drüber. Ich kann nicht sagen, ob er es geklärt hat oder nicht. Jetzt? Jetzt ist er dran. Jetzt ist er. Wir haben den bestimmt rausgeschossen, den Typ. Ja, ja. Deswegen hat er nicht mal reagiert. Da war der Rest. Da steht noch ein Panzer, aber ich weiß nicht, ob da Schrott ist. Ist das Tank still alive in front of us? In the forest? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Es hat nicht geblieben. Oh, ich sehe den nicht. Er steht kurz vor zwölf, aber ich glaube, da ist einfach Schrott. Ich höre doch irgendwas. Ja, ja. Es klingt wie um 10 Uhr etwas in der Woodline. Ah, der dreht nicht, weil wir so langsam sind. Warum drehst du nicht, Stuck? Ich glaube, ich denke, ich stehe gerade nicht richtig auf der Straße, oder? Da ist es. Oh, ist es irgendwo. Oh, fahr einfach an, oder? Ja. Uh, von rechts irgendwas. Irgendwie wird er auch nicht zu uns, ne? Ne. Kann man uns auch auf rechts konzentrieren? Er ist noch mal sich aus dieser Kuh da raus. I don't see it. Ich denke, da ist er gefahren. Was ist der SIA, Mann? Ich muss rechts anziehen. Oh, just not gonna hate it. Oh, there it is. I just saw it on the flash. Vehicle, 11 o'clock. 11? Other side of the Woodline. Jo, schon. I rotate to the right. To the right. Hinter uns ist auch was. Das ist der in seinem G leicht rechts, ist der. Du musst vorfahren, hinter die Heuballen, hinter die Heuballen. Ja, wir haben rechts auch irgendwas. Das ist das Problem. Fahr mal rechts an den Dingern vorbei und dann gleich wieder links einschlagen. Dann kann ich schießen. Rechts, nein, nein, mach rechts, mach rechts, mach rechts. Das, ich kann nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Er ist hinter den Holtwallen. Ja, wenn du jetzt links einschlägst. Schön. Oh, irgendwas trifft uns. Und? Ja. Er trifft uns. Der ist durch, oder? Der brennt. Der ist noch nicht durch, aber der brennt. Schön. So, da ist noch Infanterie dran, aber. Keine Ahnung, wo der Daimler hin ist. Der kokelt da links. Oder? Ne, das ist auch. Er hat auf jeden Fall kassiert. Wir schießen aufs... Ah, da, hier, Stück vorwärts. Vorwärts und gleich links. Vorwärts, vorwärts und links. Hinter dem Heubal. Ja, 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 das ist so hart. Mach dann den ab. Lightning. Und jetzt links. Jo. Schön. Wir sind durch, oder? Jo. Kanone brennt. Jo. Dann ganz durch. Ich warte, ganz durch ist er, glaub ich, noch nicht. Nee, spart ihr die Muni, die Kanone, der kann nichts mehr machen. Die können auch nicht mehr reparieren. Und ich verkaufe auch was nicht. Okay, ich hör da gar nichts. Okay, ich hör da gar nichts. Hab ich. Jo. Alles klar. Rechts, 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 rechts. In den Turm. Äh, bitte. Schön. Ich hoffe, der ist raus. Da kommt jetzt wieder was von hin. Ich kann nichts mehr machen, Transition, raus. Repair, repair. Ich repair. Ich versuchte die Transition. Ich glaube, wir werden einen Schaden von der Reine auch bekommen. Mann, geh doch rein. Oh, da kommen wir, ist geplatzt. Und Squad 8 ist auch noch da. Ah. Was ist denn da in einem Busch? Ist da kaputt? Ja, ja, der qualmte da. Ah. Nee, irgendwas schießt da noch. Da ist Infanterie. Okay. Nee. Hat er eins geschossen? Ja. Setz mal fort, das muss man sehen. Ja, ja. Danke. Ja, da ist der kleine Daimler. Kleines bisschen rechts, rechts. Rechts. Da kommt der Cromwell von hinten. Und ich kann kaum wenden. Er ist zu langsam. Ich kann nicht. Ach, zieh die Straße hoch. Links. Links. Ah, links kommt auch was. Ja, ja, rechts ist auch der Cromwell. Wir sind hier mitten auf den Punkt. Du kannst knicken. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk